Liebe Genossinnen, liebe Schwestern, ich weiß, dass es viele verwirrende Informationen aus Bolivien gibt. Deshalb versuchen wir zu informieren und ich rufe euch dazu auf, uns zu begleiten und weiterhin öffentlich anzuklagen. Zuerst ist es wichtig, dass feststeht, das, was hier stattfindet, ist ein Putsch, ein Staatsstreich und ein Angriff auf die sozialen Organisationen. Es ist ein fundamentalistischer und bürgerlicher Putsch, angeführt von bürgerlichen und unternehmerischen Organisationen, GroßgrundbesitzerInnen und OligarchInnen aus dem Osten des Landes. Der Putsch möchte die Bibel in den Palacio del Gobierno, den Regierungssitz, implementieren, das Land in die Hand von Gott geben und all dies. Es ist ein zutiefst rassistischer Putsch, denn es sucht und identifiziert gezielt Frauen und Männer der ursprünglichen Bevölkerung in den Organisationen, verpasst ihnen einen Denkzettel. Das Nachts werden alle Regimente der Polizei aufgehetzt. Mit Ausnahme ihrer eigenen Sektoren schließen sie sich den Putsch an. Sie fordern den Rücktritt von Evo Morales. Die Polizei schützt die Städte nicht mehr. Letzte Woche hat das Militär eine Erklärung abgegeben. Sie haben versucht, ihren Kommandanten zu verleugnen und danach haben sie eine Erklärung abgegeben. Sie würden nicht abziehen und die Leute nicht mehr schützen. Das heißt, sie gehen komplett mit dem Putsch der bürgerlichen Leute, Unternehmerinnen und OligarchInnen mit. Was hier gerade nicht bekannt gegeben wird, weil die Medien den machthabenden Gruppen gehört, ist, dass es ein rassistischer und bürgerlicher Putsch ist. Die Sitze von Organisationen der KleinbäuerInnen und Indigenen werden angezündet. Die Orte und Sitze sozialistischer Organisationen ebenfalls. Die Häuser der indigenen Führungspersonen werden angezündet. Die Häuser der Leiterinnen und Leiter sozialer Organisationen werden angezündet. Unsere Schwestern, wir werden verfolgt. Sie verfolgen uns auf der Straße und versuchen uns einzuschüchtern. Und wir versuchen zu widerstehen. Diese bürgerlichen Gruppen, die vorgeben, dass sie damit die Demokratie zurückgewinnen wollen, was falsch ist, denn wir haben nicht in einer Diktatur gelebt, tun so, als seien sie Organisationen des zivilen Widerstands. Das ist falsch, denn sie sind bewaffnet. Sie haben Knüppel, sie haben Helme, Schilder, Gas und Sprengstoff. Sie benutzen außerdem auch sexualisierte Gewalt als Waffe. Ich glaube, sie nutzen diese Waffen, um einen zivilen Putsch anzustoßen. Aber vergesst nicht, dass dahinter die Waffen der Polizei und der Militärs stehen. Sie führen hier also ein großes Theater auf. Dieser Staatsstreich generiert Gewalt und Terror. Es gibt eine kollektive rassistische Bestrafung der indigenen und kleinbäuerlichen Organisationen. Sie haben die Setsu Cewe, den Gewerkschaftsbund der kleinbäuerlichen Arbeiterinnen und Arbeiter in Bolivien, eingenommen und dort einen Journalisten festgebunden, der Geschäftsführer des Radios, welcher noch on air war. Er wurde entführt und ist immer noch vermisst. Die Setsu Cebe wurde geplündert und verwüstet. Und noch dazu wurde die Wipala, die dort gehisst war, abgehängt. Das ist die Flagge der Kultur der Aymada. Das Wipala von Kualaisuyu ist ein traditionelles Symbol der indigenen Andenvölker und ist seit der Verfassung 2009 neben Flagge und Wapmein offizielles Nationalsymbol des plurinationalen Staates Bolivien. Statt der Wipala wurde die Bandera Tricolor, die Nationalflagge Boliviens, aufgehängt. Sie haben die Wipala zerstört und die Nationalhymne gesungen. Das haben sie in allen indigenen Organisationen gemacht. Die Wipala heruntergeholt und verbrannt und dann die Nationalflagge gehisst. Das ist eine kollektive Bestrafung der Indigenen. Das ist rassistisch und kolonialistisch. Das ist eine Hetze auf soziale Organisationen und das zeigen die Medien nicht. Das Einzige, was gezeigt wird, ist, dass die Gewalt angeblich alleine von der Regierung gemacht wurde. Derzeit hat die Regierung weder Unterstützung von Polizei noch vom Militär. Wir, die sozialen Organisationen, sind gerade dabei, uns zu reorganisieren, um zu widerstehen. Die Organisationen, die am meisten Druck ausüben können, sind diejenigen, die um die Städte herum sind. Das sind die kleinbäuerlichen, indigenen Organisationen. Die Setzu CW spricht davon, dass es eine Belagerung geben wird, dass sie die Wasserversorgung abschneiden will. Das wird uns wahrscheinlich wieder als Gewalt ausgelegt, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Was wir wollen, ist, dass Luis Fernando Camacho aus Santa Cruz verschwindet. Luis Fernando Camacho ist derjenige, der diesen bürgerlichen Putsch anführt. Er ist ein rechter, rassistischer, christlich-fundamentalistischer, nationalistischer Anwalt. Alle Leute, die im bürgerlichen Komitee von Santa Cruz auftauchten, haben die Stadt eingenommen. Das haben wir nicht erwartet. Wir haben das nicht kommen sehen. So viele Leute haben plötzlich die Institutionen, das nationale Fernsehen, die freien Radios mit Gewalt und Terror eingenommen. Ich bitte euch, berichtet darüber, dass dies ein Staatsstreich ist, der indigene Frauen und Männer verfolgen lässt, die sozialen Organisationen bestraft. Wir brauchen den internationalen Druck, die öffentliche Anklage. Wir antipatriarchale Feministinnen glauben, die Rechte will keinen Dialog. Daher sehen wir dies als unzeitgemäß an. Die Rechte will uns ärgern und uns entwürdigen unter den schlimmsten, vorstellbaren Umständen. Das ist die Strafe für das ganze Land, damit es weiter existiert auf Basis des Kolonialismus und des Rassismus, geleitet von der Oligarchie und den Unternehmen. Das ist die Fraktion der Oligarchie und der Oligarchie und den Unternehmen. Es ist das Wohlstand, dass es, was das Wohlstand nicht auf sich, dass die Rechte nicht in keinen Dialog ist. Die Rechte will es den Werten der Ersten, die es in den Schirken, in den Ersten und in den Schwerken, und die Organisten, die all den ganzen Rechten haben, der so weitergehen, die über den Kolonialismus, über den Racisten, die von den Oligarquen, von den Eingang, von den Eingang. Danke, Schwestern. Am 9. November, einen Tag bevor Evo Morales zurücktrat, haben die Putschistinnen die freien Radios und nationalen Fernsehsender eingenommen. Alles, was uns mit Informationen versorgte, was aber auch zur Organisation der indigenen Bevölkerung und der sozialen Bewegungen wichtig war. Zuerst haben sie das Signal gestört, dann haben sie die Anlagen verbrannt. Jetzt sind wir angewiesen auf die Informationen derjenigen, die den Putsch anführen. Das sind große UnternehmerInnen und deren Medien verbreiten Musik, Telenovelas und Nachrichten, in denen es danach aussieht, als wären wir indigene Frauen und Männer für die Gewalt und den Konflikt verantwortlich. Sie lassen uns wie Plünderer aussehen. Das ist eine Kampagne des Terrors. Da uns jetzt die Kommunikationsmittel fehlen, organisieren wir unseren Widerstand über WhatsApp. Aber die Strategie des Putsches hat auch eine WhatsApp-Kampagne, also haben wir falsche Audios bekommen, zum Beispiel, dass indigene Menschen der sozialistischen Bewegung Häuser plündern. In diesen 20 Tagen haben wir schon ein bisschen gelernt, echte und falsche Nachrichten auseinanderzuhalten. Und dann haben wir noch das Telefon. Dieser Putsch ist so unglaublich und offensichtlich von langer Hand geplant, dass er nicht aufhört, uns zu überraschen. Am Anfang waren es bewaffnete Gruppen auf Motorrädern mit Helmen, Schutzschildern und Knüppeln, die Terror verbreiteten. Das war die erste Phase. Dann kamen die Polizei und das Militär, die jetzt ungestraft und wie sie wollen auf Menschen schießen und sie auch ermorden. Vergangenen Samstag haben sich die jungen Männer, denn es waren vorwiegend junge Männer, auf den Motorrädern, die die Gewalt verbreiteten, weiß eingekleidet und haben in den Stadtzentren für den Frieden demonstriert. Es ist unglaublich, wie diese Rassisten und Faschisten, die vor ein paar Tagen noch Leute auf der Straße verprügelten, jetzt für den Frieden demonstrieren. Uns allen ist klar, dass dieser Putsch den Interessen Europas und der USA dient. Deshalb wurden auch als erstes die ausländischen Journalistinnen aus Bolivien entfernt. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die internationalen Organismen, also die Europäische Union und die USA, anklagt. Es müssen MenschenrechtsbeobachterInnen her, die das Massaker benennen, das sie sehen. Die internationale Presse muss wieder herkommen und von den Straßen Boliviens berichten. Das ist ein Thema, die Europäische Union und die USA, die wir sehen, und die USA, die wir sehen, die die USA, die MenschenrechtsbeobachterInnen, und die MenschenrechtsbeobachterInnen, die sie sehen, das ist eine Sache, und die die internationalen, die sie wieder zurückkennen, und die sie arbeiten, in den Straßenbahnen, die Bolivien zu arbeiten.